Hallöchen Popöchen. Ja, ich bin wieder da. Das Tutorial kommt über Motau. Gute Grammatik. Also, ja, entschuldige die lange Sendepause. Es gab einfach viel zu tun. Also ich war beschäftigt, ich konnte nicht anders. Ich wollte schon letzte Woche und vorletzte Woche und vor-vor-vorletzte Woche. Nein, sicher eine Woche, nachdem ich es angekündigt habe, aber hey, es gibt viel zu tun, es gibt viel zu machen. Ich werde etwas beschäftigt sein, deswegen kann es sein, dass weitere Videos einmal im Monat in Zukunft kommen werden oder zweimal im Monat. Ich werde es nicht vergucken. Aber auf jeden Fall werde ich nicht mehr, wie in Ferien zum Beispiel, so viel Zeit haben, alles aufzunehmen, zu schneiden und hochzuladen. Und vor allem werde ich diese Zeit nicht in der Woche haben, sondern wenn schon, dann am Wochenende. Ja, das sollte jetzt eigentlich ein Tutorial-Video werden, aber wie ich mehr glaube, habe ich gerade daraus ein Infovideo gemacht. Update-Video. Und wie dem auch sein. Äh, ja. Äh, bitte, äh, nimmt es mir nicht übel. Einmal im Monat, vielleicht zweimal. Mal gucken, wie ich Zeit haben werde, aber das Leben ist ja auch noch im Stich, ne? Äh, ja, danke für das lange Warten. Es wird gleich darauffolgend... Ah, Moment! Ich habe ein Video gemacht. Für Mod Home. Ach, nachdem ich wieder da war. Genau. Äh, nur habe ich vergessen, das Mikro anzustecken. Das heißt, das wird ein No-Commentary-Gameplay sein. Also, ein Display-Video ohne, äh, meine Stimme. Ja, da gibt es wohl was zu hören, ne? Oh, wie hehehehe. Äh, ich glaube, das war alles. Ach ja, und ich habe in dem Video dann einen Trick rausgefunden, wie man so für Anfänger wohl eher, äh, gut in zwei gegen zwei kämpfen, äh. Äh, zwei gegen zwei, eins gegen eins. Ja. Auf jeden Fall nicht eins gegen zwei oder zwei gegen, okay, vielleicht eins, äh, äh, vielleicht zwei gegen eins, aber, äh, für Anfänger ist, glaube ich, eins gegen eins ganz gut und, ja, den Rest erzähle ich dann einfach im Tutorial-Video. Ich glaube, das Video, was ich, äh, was hier misslungen ist, sage ich mal, soll ich trotzdem hochladen. Einfach, für die, die vielleicht mal reinschauen wollen. Einfach aus, keine Ahnung, Langeweile oder aus Masochismus oder keine Ahnung wie das heißt. Auf jeden Fall, ja, Tutorial-Video gleich darauffolgend und ciao.